Das Wort des heiligen Paulus aus den Garten. Der Brief, das Sie eben gehört haben, lässt uns aufhorchen. Aber manchmal ist es auch nicht einfach, Ministrant zu sein. Manchmal möchte ich am Sonntag lieber ausschlafen. In meinem Alltag geht es oft um Regeln. In der Schule oder in der Ausbildung, bei meinen Eltern und auch in der Kirche. Wie erlebe ich in meinem Leben, dass Glaube Freiheit bedeutet?